Servus meine lieben Füchse und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Karriere mit dem FC Augsburg und es wird wieder Zeit für die Transferphase, ihr könnt natürlich gerne wieder Transfervorschläge und alles in die Kommentare schreiben, habt ihr auch schon teilweise gemacht ähm, ja, deswegen fangen wir mal an, wir simulieren hier bis zum ersten und dann werden erstmal wieder ein paar Spieler in die Transferliste mit aufgenommen das heißt diese Folge wird wieder eher eine Transferfolge, hier wird kein Spiel passieren ähm, gehe ich damit davon aus, weil ich jetzt für den nächsten, naja, nicht für den nächsten Tage, aber ein bisschen vorproduzieren muss ähm, wichtige Infos zum Transfermarkt, blablabla, ist immer das gleiche so, Monatsprächte Jugendmannschaft, schauen wir uns mal kurz an, können wir noch nicht verpflichten ähm, ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ihr habt wieder ein paar Vorschläge gemacht und zwar muss ich mal kurz hier OBS wegklicken so, ich werde es einfach wieder so machen, dass ich mal die ganzen Spieler hier suche und hinzufüge mit einer Kevin, wunderschöne Haare äh, es sieht ja geil aus äh, Christian, Christiansen, ja, Christiansen, nicht Christensen ja, Christiansen von, ähm, von Malmö FF so äh, wobei, ich bin gerade überlegen, ob ich mal die Spiele wieder vielleicht doch ich werde mir die Spiele hinzufügen und sehen wir uns gleich wieder so, ich habe jetzt mal, ähm, zumindest mal die ersten paar neuen Spiele hinzugefügt die hier in diesem etwas längeren Kommentar standen und habe ich auch gesehen es war jemand dabei, ähm, dessen Vertrag in sechs Monaten oder so ausläuft äh, okay, die sind halt kurz bei dem Fall und es war, glaube ich der hier äh, müsste das nicht theoretisch hier dabei stehen ich weiß, da war gerade eben einer dabei äh, wo der Vertrag in sechs äh, 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 dinge, äh, Monaten ausläuft scheiße also eventuell hätte ich mir eventuell, äh, mal angucken können ähm, warte mal, hier ne scheiße ich glaube, es war er hier ich bin mir aber nicht ganz sicher egal, wir warten einfach mal hier ab, bis, äh, die ersten Scouting-Berichte kommen ähm, dann schaue ich mir die Kommentare also wenn, 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 wenn so lange Kommentare kommen mit ewig vielen Spielernamen erstens die Frage woher habt ihr diese Namen? äh, wie kommt man auf die? und, äh, zweitens, äh, die werde ich halt dann so einfügen dass ich halt das rausschneide wenn es nur einzelne Kommentare sind mit ein, zwei Spielern äh, dann werde ich das auch hier so äh, in der Folge quasi machen ähm, zwar, hier schreibt, äh, Leroy Sané für Kayubi da er schon 30 ist ja, äh, Kayubi ist schon 30 aber Leroy Sané der ist, also, tut mir furchtbar leid aber der ist viel zu teuer er hat einen Wert von 38 Millionen das können wir nicht zahlen ich glaube auch kaum, dass sie ihn ausleihen können weil er hat ein Gehalt von 125.000 und das ist beim besten Willen einfach zu viel für den FC Augsburg, ja also, sorry, tut mir furchtbar leid aber aus Leroy Sané wird wahrscheinlich, leider nix ähm, und Thilo Kehrer für die Innenverteidigung das könnte allerdings schon eher was werden ähm, großes Potenzial schlechte Form ah, okay ähm, wird wahrscheinlich nicht ganz wird auch teuer sein aber wahrscheinlich nicht ganz so teuer und dachte, am Anfang ist der Ton weg, hat jemand geschrieben ja, äh, es kommt mir auch schon mal vor ich, ich schneide zwar der Anfang immer weg und das halt dann quasi erst dahin dann anfangen wo ich dann wirklich anfange anzumoderieren an, 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 an ähm, aber irgendwie manchmal ist es dann doch so, dass es einfach zu, dass es einfach mittendrin anfängt das verstehe ich manchmal nicht also nicht mittendrin, aber wirklich am Anfang der Aufnahme also, ja, keine Ahnung ähm schau dir doch mal Kammerbauer an mir macht das besonders viel Spaß mit ihm zu spielen das reicht hier mit Felix Klaus ja, gute Idee kann man einfach mal hinzufügen Patrick Kammerbauer RV von dem Club oder vom Club vom 1. FC Nürnberg und dann Felix Klaus noch dazu so, ähm also die brauchen aber alle wieder so 18 Tage bis das Goldenbrief da ist, ne meine ich gesehen zu haben ich bin mir gerade nicht sicher ähm das ist jetzt so ein länger, äh, länger Kommentar ähm Arminia Harid, Jan Vita, Brele Mbolo, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ich hab mir gedacht Lionel Messi, okay und Cristiano auch aber Jan Vita Ab und Amine Harid die sind noch zu krass für mich, ne ne, äh, Spaß beiseite ähm schauen wir mal nach Amine Harid von Schalke nicht wahr ja, genau RM äh, so für ähm Heller und Kajube die sind jetzt beide schon etwas fortgeschritteneren Alters so ein bisschen Ersatz für die finden so langsam an die Mannschaft heranführen und natürlich Jan Vita Ab das Stürmetalent vom Hamburger Sportverein haben wir noch Brele Mbolo ist ein Spieler von Schalke wenn ich nicht ganz täusche aber ich glaube äh, der könnte auch schon etwas teurer sein ich bin mir aber nicht ganz sicher äh, so Max Meier wird safe zu teuer sein ich werde einfach trotzdem mal hinzufügen einmal vielleicht irre ich mich auch an der Spottbillige wovon ich nicht ausgehe ähm Schöpf also also Schalke-Fan gehe ich einfach davon aus wenn die ganzen Schalke-Spiele hier vorschlägt es ist doch Schalke oder? Alessandro Schöpf ja, genau haben wir sogar schon Alessandro Schöpf ähm 13,5 Millionen RM 23 waren die sehr relativ jung aber die sind halt auch nicht sonderlich billig ne? aber wir könnten echt gucken dass wir halt ein, zwei Spieler verkaufen um halt so ein bisschen äh, ne? Dingsbums um so ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen müssen wir mal schauen wen äh 13 ist schon also wirklich obere Grenze würde ich sagen Timo Werner auf jeden Fall viel zu teuer ähm Giovanni Lo Celso der Name sagt mir auch irgendwas ich glaube nur der könnte auch schon er ist auch schon ein besserer und teurer Spieler ich weiß es aber nicht ganz genau deswegen füge ich da einfach mal hinzu mit dem Hintergedanken dass wir ihn sowieso nicht verpflichten werden und Blas Reverso ich kann nicht schreiben oder der Spieler geht es auch nicht gut, der Spieler geht es anscheinend nicht äh Tilo Kehrer wurde schon vorgeschlagen dann ein André Green ah kurz ist kürzlich von ersten Villa gekommen äh können wir auf jeden Fall nicht verpflichten und Leon Bailey Leon Bailey wird safe auch zu teuer sein aber wie gesagt ich füge ihn einfach mal hinzu hier zu unserer Liste weil hier spielt er gar nicht bei ne warte mal ah er ist gerade verliehen er spielt hier gar nicht bei Leverkusen interessant dann könnte hier tatsächlich noch gar nicht so teuer sein ja ja vielleicht vielleicht so dann möchte ich schon wieder Tilo Kehrer also Kehrer wurde schon dreimal vorgeschlagen also Kehrer werde ich mir auf jeden Fall mal viel genauer anschauen äh dann Geige die Frage ist welchem wahrscheinlich Dennis Geige äh von Hoffenheim gehe ich mal davon aus den 19-jährigen nicht den 33-jährigen Geige Amiri auch von Hoffenheim und dann noch ein McKennie den ich vorher noch nie gehört habe den ist auch so nicht wahrscheinlich wahrscheinlich den in den Kommentaren hat er ihn mit Y geschrieben er meint wahrscheinlich den hier ähm verkaufen Heller Kajubi und Staphylidis ja aber die beiden sind halt schon alt und so weiter ja klar aber Heller und Kajubi sind halt trotz es sind halt trotzdem noch gute Spieler da kannst du sagen was du willst aber so ein Kajubi ist ein guter Spieler und ein Heller ist auch ein super Spieler er ist schnell und so weiter er hat auch Bodenseite auch schon gut gespielt und so weiter deswegen übrigens Fynn Burgersson ist zweitbester Torschütze der Liga möchte ich mal sagen bisher äh dann kommt Möwald von uns ok dann haben Kajubi und Heller dann doch noch nicht so viele Tore geschossen wie ich es irgendwie in Erinnerung hatte Torlagen bei Torvorlagen hat Bayer die meisten gemacht dann Czerny und Köpke Köpke hat schon vier Vorlagen gemacht ok interessant wir haben ja Köpke noch gar nicht so oft spielen lassen cool Fynn Burgersson hat drei gemacht Schmid hat drei gemacht ok ich hatte jetzt Kajubi und Heller tatsächlich besser in Erinnerung dass die schon mehr gemacht hätten aber anschein nicht ok ja schau ich mal ähm hol dir definitiv in Transferphase Nazarov ist vom Spieltyp und der Spielweise ähnlich wie Thomas Müller ok interessant von Aue wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein ähm und Bertrand du meinst wahrscheinlich Traore ne ich gebe doch aus nicht Traore ich interpretiere es einfach mal so Bertrand Traore von Olympique Lyon wird nix viel zu teuer aber ich füge ihn einfach mal zur Liste hinzu wie ich schon öfters gesagt habe ähm und dann schauen wir mal Moment ok Staphylides haben wir geblockt warum haben wir Staphylides geblockt er hat bei uns nicht so oft gespielt ne oder wer hat bei uns auf links gespielt Max stimmt äh ob ich jetzt gerade frage warum sollen wir Staphylides verkaufen ist wie alt ich habe gerade das alte nicht nachgeschaut wie alt ist Staphylides 24 es hat es hat echt noch also das sind unsere beiden 24 jährigen Linksverteidiger und ich sehe jetzt eigentlich keinen besonderen Grund warum ich die beiden verkaufen sollte weil ja wir haben diesen einen jungen Linksverteidiger hier ähm den wir gerade schon gesehen haben äh diesen Jakob aber das sind halt die einzigen beiden Linksverteidiger die wir so haben die wirklich akzeptabel gut sind ähm ja beide 24 beide noch in einem guten Alter deswegen Staphylides will ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht verkaufen äh muss ich mal so sagen so in Teamzentrale können wir Leute auf die Transferliste setzen ne genau jetzt haben wir gemacht dass ich auf die Positionen gehe drei Torhüte akzeptabel ähm Taige haben wir gerade verliehen zu Bremen äh okay Framberger verliehen zu Bielefeld haben wir auch nur die beiden Rechtsverteidiger also Außenverteidiger würde ich tatsächlich nicht irgendwie verkaufen oder so aber wir können tatsächlich gucken ob wir Innenverteidiger in Anführungszeichen loswerden wollen weil wir haben Janker ist mit 32 schon nicht mehr unbedingt im besten Alter äh dann so ein Hinteregger spielen gerade wir haben ja diese drei guten Innenverteidiger ne Chobelow Hinteregger und Danso die würde ich auf jeden Fall behalten Hinteregger tun wir mal auf die Transferliste warte ok doch ja auf die Transferliste gab es schon Angebote für ihn? der gab sogar schon Angebote für ihn ne ne Max für den Burgesson und Staphyllides verkaufen wir auf keinen Fall sind alle zum Stillstand gekommen also ihn möchte ich ok ihn hätte ich jetzt eigentlich eher auf die Leihliste gesetzt aber geht noch nicht warum? er ist 19 hm dann halt nicht 3 ZDMs das ist halt die Frage brauchen wir 3 ZDMs? muss sagen Khedira hat halt nicht oft gespielt bei uns ne wobei Katscha ist schon 30 ich würde tatsächlich eher Katscha auf die ZDMs Transferliste setzen vielleicht nochmal nach der ZDM gucken oder halt dann Khedira ein bisschen ich sag mal ranzüchten ist ja erst 23 ja wir setzen Katscha Katscha hat auch tatsächlich nicht oft gespielt ist was ich mich erinnern kann wir haben auch nur einen wirklichen RM mit Schmid wobei halt Hela auch auf RM spielen kann das heißt wir haben mit Hela eigentlich auch nur einen zweiten RM er ist 31 ja Kajubi ist 29 wir können auf jeden Fall nach Ersatz für sie suchen klar logischerweise für RM müssen wir sowieso wir haben nur Schmid auf richtiger RM-Position aber zwangsweise verkaufen würde ich es ja wirklich nicht wollen weil es sind halt noch gute wichtige Perspektivspiele eigentlich Alexander Grüne also wieso können wir die nicht auf die Transferliste setzen auf die Leiliste setzen R16 ne gut vielleicht deswegen Moravec hat ja auch nicht oft gespielt bei uns ne Moral Unglück ich würde tatsächlich was sagen setzen wir ihn auf die Transferliste vielleicht finden wir ja einen Ersatz für ihn Grigori Möwald sind beide super wir haben eindeutig zu viele Stürmer Parker hat nie gespielt ein Richter auch nicht Richter schon auf der Leiliste die wird tatsächlich ich sag's nochmal wie es ist wir müssen Stürmer los werden ja Wieso können wir ihn nicht Wieso können wir ihn nicht Ich muss jetzt auf die Transferliste setzen das verstehe ich nicht ganz Parker haben wir äh Quatsch Parkererrichter haben wir ja schon hier auf der Leiliste Moment was wir hier mit OBS hier her machen so Ähm ja simulieren wir mal ein bisschen weiter und schauen was so passiert ob wir irgendwelche Angebote oder so bekommen würde mich natürlich freuen da haben wir auch schon was dann werden wir für Daniel Opaare dann müssen wir nach einem neuen RV gucken müssten ist halt auch in Anführungszeichen schon 27 Opaare wurde glaube ich auch in echt von Augsburg freigestellt weil er irgendwas ich weiß nicht genau was da passiert war könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben was ihr ähm ich hab das nicht so mitbekommen irgendwas irgendwelche disziplinarischen Sachen wo der Vereinheit nicht mehr zufrieden war hat gesagt ja dann kannst du gehen dann schauen wir nach einem neuen RV vielleicht nach einem jungen hungrigen ähm neben Klostermann noch den wir sowieso schon als neuen haben haben wir denn hier eine Transferzentrale einen RV dabei ja dann kurz ein kurzer Standbild ja haben wir sogar einen Bambu äh nicht einen Bambu einen Babu der mit dem wir eine schicke Frisur ey ohne Spaß ich würde sagen allein schon wegen dieser Frisur ne allein schon wegen dieser unfassbar geilen Frisur will ich den Typ in meinem Verein haben ähm erwarten wir halt erstmal bis äh die Scout Berichte von denen hier kommen oder Passlack Passlack ist doch kein ausgeliehen oder? ne tatsächlich nicht Passlack wäre tatsächlich eine Option wie viel Geld haben wir? wie viel Geld haben wir? wir haben ähm Budget ein bisschen so hier das ist 7 Millionen Transferbudget 3,5 ist dann doch tatsächlich akzeptabel wenn wir Opare tatsächlich verkaufen dann für ihn den jungen Passlack holen 19 ich glaube das wäre tatsächlich da steht nirgendwo dass der ausgeliehen ist oder? oder bin ich grad einfach nur doof also ja bin ich aber hm das Spiel ist derzeit ausgeliehen und steht dahin momentan nicht für Transferverhandlungen zur Verfügung da steht's Gilbert ist gut ist aber jetzt schon zu teuer also nicht zu teuer ich könnte mir das 7 Millionen leisten aber ich will da nicht zwangsweise diese 7 Millionen ausgeben also ich würde fast sagen wir nehmen den mal von der Lüste und Passlack dann auch, komm mal da auch LW die auch ist schon zu teuer nehmen wir so ein paar alte von der Lüste Udo Kai wäre halt ein guter Innenverteidiger TIP in den Spielen nicht verkaufen aber Freigabesumme für 2,3 Millionen ich weiß nicht warte mal auf die die Scout Berichte zu Kammerbauer und Mbabu was dazu gesagt würde wird was dazu gesagt wird mehr nichts wird 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 ähm so Training und dann schauen wir mal dass wir ein bisschen weiter simulieren naja gut ich simuliere jetzt mal hier diese Folge durch ja dann sind wir ungefähr bei der Hälfte der Transferphase bis wir das nächste Spiel haben wir haben dann in der Transferphase noch ein paar Spiele äh dann nein falsch dann könnt ihr gerne wieder ähm also ihr könnt jetzt weiter in der Transferphase auch in jeder Folge sehr sehr gerne bitte bitte Vorschläge in die Kommentare schreiben Daniel Opare verkauft ok gut dann haben wir nochmal 3,5 Millionen mehr tatsächlich oder wisst mir eigentlich ne bin ich jetzt doof Moment mal 2,1 Millionen aufgestockt ok das ist gut und das nächste Spiel haben wir gegen den Hamburger SV wo stehen die denn hier gerade in dieser Liga auf 13. Platz Mensch ist das unrealistisch Spaß ok das war's hier mit dieser Folge von FIFA 18 mit Augsburg war halt wieder nur so ne Transferfolge muss hin und wieder mal sein schreibt mir Transfervorschläge oder Spieleverkäufe so in die Kommentare aber ich würde sagen vielen Dank fürs Zuschauen haut rein Leute und ich würde auch sagen mach mal Schluss für heute und auf